Und jetzt zu unserem Mini-Elvis, Neil Smith mit seinem Titel Help me through the summer. Eigentlich ist er ein bisschen später mit dran, aber vielleicht auch zu früh. Sie kommt drauf an, wie man es nimmt. Auf jeden Fall sagt man ja, Vorfreude sei die schönste Freude und der nächste Sommer, der kommt bestimmt, genauso wie jetzt unser Neil Smith. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020